Auf jeden Fall habe ich hier für euch was ganz Brutales am Start. Also ich habe ein paar Nachbilder von Lisa und Lena und ihr werdet es nicht glauben. Ich blende die einfach mal an. Willkommen hiermit zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wundert euch nicht hier wegen dieser genialen Atmosphäre. Chico, das ist ein Hund, den wir uns vor kurzem geholt haben. Auf jeden Fall. Aber welche Rasse das ist, das ist ein deutscher Schäferhund. Ich habe auch den letzten Anruf von irgendwelchen Minecraft-Kiddies bekommen. Aber von Leon Machère und Red. Ich habe mir einfach nur so gedacht, was soll die Scheiße? Bist du wirklich Leon Machère? Und wer ist hinter dir? Das ist wahrscheinlich der Apple Red, oder? Darf ich mal Apple Red hören? Digga, wie geht's? Wow, Red! Hallo? Ja, meine Glückwunsch! Gut, das ist auf jeden Fall sehr glaubwürdig. Wie auch immer, Leon, Machère und Red. Ihr seid schon die Echten, oder? Ja, Kiko. Ja, ihr Keks, Alter. Ne, ohne Scheiße. Was soll der Anruf? Kann es sein, dass du denkst, dass du witzig bist? Das bist du nämlich nicht! Ne, ich darf nicht rumschwein, sonst kommt mal ne Mutter. Aber wie auch immer. Ich glaub, da ist was dran. Ja, mach mal. Kannst du mir nur runterholen? Ich soll dir einen runterholen. Halt die Fresse, du kleiner Keck. Es stellte sich wirklich heraus, dass sie es nicht waren. Also, dass mich Apple Red und Leon Machère nicht angerufen haben. Auf jeden Fall habe ich hier für euch was ganz Brutales am Start. Also, ich habe ein paar Nacktbilder von Lisa und Lena. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich blende die einfach mal ein. Einmal hier eins, da eins und nochmal hier eins. Also, ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich sowas im Internet entdeckt habe. Ich habe einfach jetzt Lisa und Lena Nacktbilder eingegeben und direkt welche gefunden. Also, ich weiß nicht, was mit der Internetwelt los ist. Den ein oder anderen Fans aufmerksam gemacht werde, dass ich neue Videos produzieren soll. Ich kann euch ja mal die ein oder andere Sprachmemo zeigen. Schmeiß dich vorm PC. Mach dich scheiß PC an und nimm was auf. Bevor ich dich alles verstöre, du dir nach Hause kommst und deine Freundin fecke. Alles klar. Im Endeffekt habe ich mich einfach dazu entschlossen, mich hier hinzuhocken und einfach mal ein kleines Video für euch zu produzieren. Auch wenn die Qualität beschissen ist. Nigger. Nee, das war jetzt ein wirklich guter Fan, muss ich an dieser Stelle anmerken. Also, er will zu mir nach Hause fahren und meine Freundin ficken. Kann man auf jeden Fall machen. Die Frage ist, ob sie es will. Wir sehen uns einfach, wenn wir die 100 Dislikes geknackt haben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch dann noch einfach euch allen einen perversen... Willst du nicht einfach mal das Video beenden? Schaffen wir die 100 Dislikes, Jungs.